Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt in dem Raum, Keiter, Jodl, Krebs oder Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Magen! Sie waren befehlst du in der Zeit! Der Minister hat mir verlogen! Jeder hat mir verlogen, sodass er es ist! Die gesamte Generalität ist nichts weiteres ein Haufen, nie das verrechtliche, treulose Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Die Stadt Feindlinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zuger gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion im Blut verhindert! Es hat mich jeden nur als Wisspicken... Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um daran alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Robber erobert! Verreiter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden!